Hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode meines Pokémon Blattgrün Randomized Shadylock Let's Plays. Heute für euch mit der Episode 10 am Start. Und ja, in der letzten Episode haben wir die Granny Montage hinter uns gebracht, haben einige Pokémon leider wieder verloren, aber haben auch die MSN durchgespielt, unseren Rivalen besiegt und den Zerschneider kassiert. Wie immer ein bisschen mit Poké gehandelt, ein bisschen hin und her Items geschoben, damit wir ein paar Potions haben, da uns die Potions regelmäßig ausgegangen sind. Und bevor wir jetzt in dieser heutigen Folge die Arena herausfordern und nochmal durch die Diktorhöhle laufen, um uns noch einen Encounter zu holen, an den ich gerade rein zufällig denke, gebe ich euch noch ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zu entstehen. Wir haben auf 22 Kahl mit Kratzer, Zerschneider, der Bodenattacke und Aqua Knarre, auf 33 King mit Schnabel, Energie, Fokus, Doppelkick und Fuchtler, auf 24 Joke mit Bodyslam, Aqua Knarre Zugabe und Frostbeule. Sehr gut. So, und dann wollen wir nochmal sehen, was wir in dieser Arena machen können. Ich würde sagen, bevor wir das Rätsel hier drin lösen, gehen wir erstmal hin und besiegen den Typen hier. Äh, Tanzer, ich wechsle auf jeden Fall mal zu Nito King. Nach Tara. Ja, ich wechsle das Pokémon und ich will mal in den guten Joke raus und gucken, ob der was machen kann. Ähm, mach jetzt nicht wirklich viel Schaden. Aber es reicht. Sehr schön, Joke ist auf 25. Aurora-Strahl, aber hundertprozentig. Hundert fucking prozentig. Und wir hauen Frostbeule raus. Einfach nur, weil Frostbeule absoluter Schwachsinn ist. So, und damit haben wir den ersten Typen hier schon mal vermöbelt. Der Grund, warum ich eben zu King geswitcht bin, ist ganz einfach der, wenn ich mich richtig erinnere, können diese Tanzzapfen-Pokémon. Explosion oder Finale oder sowas lernen und ich hatte keinen Bock weggesprengt zu werden. Nope. So. Kapaloris. Oh oh. Ah, es geht ja noch. Und weg mit dir. Gib mir all die Zapdos. Ich bleib mit Karl draußen. Äh, gönn mir aber vorher natürlich ne Potion, Super Potion. Okay, ich kann mit Karl nicht draußen bleiben. Ich dachte, ich könnte Karl jetzt ne Menge Experience am Zapdos holen, aber ich werde jetzt hier mal ganz kurz zu King wechseln müssen. Einfach nur, weil wir den Bodentyp haben. Und weil wir so stark sind, dass wir es halt bodien können. Äh, Super Trunk. Und du noch, mein Freund. Komm, fight me. Mein Jobob war mein Ausbilder. Sehr schön. Großer Ring. Und tschüss. Mehr all die XP. Level 23 eng. Sehr schön. So, dann jetzt einmal ein Super Trunk usen auf Karl. Karl kriegt davon nicht genug. Karl. Und ein paar Reiler hinterher. So, und jetzt versuchen wir hier mal ganz kurz das Rätsel zu lösen. Nur Abfall. Nur Abfall. Nur Abfall. Nur Abfall. Immer noch nur Abfall. BTF. Das Rätsel damals hat das Kind immer gehasst. Und hier. Sehr gut. Hallo, kleiner Freund. Oder großer Freund. Hey, Giddy. Was hast du hier verloren? Im Kampf hast du, äh... Im Kampf hast du keine große Chance. So viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon Feldzüge, habe ich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Oh, okay. Knuddelhof ist aber kein Elektro-Pokémon-Boy. Oh, nein. Oh, ist jetzt so okay. Okay, wenn du das so machen möchtest, dann kratze ich dich halt zu Tode. Oh, nein. Das Spiel spiele ich nicht mit. Ist blockiert. ETF. Alter. Normalerweise spede ich nicht so durch Gym-Battles durch. Und das wisst ihr. Aber ganz im Ernst, wenn sie die ganze Zeit solche Status-Effekte auf mich draufhaut, da habe ich keinen Bock, dass die ganze Zeit so hier hin, beziehungsweise, ähm, nicht zu speeden. Ganz im Ernst. Was soll das? Wir sind für eine halbe Stunde nur an diesem Knuddelhof beschäftigt. Alter, guckt euch das mal an. Die ganze Zeit nur Gesang und dann auch noch die Verwirrung dabei. Oder die Verliebung. Das Verliebte dabei. Definitiv möchte ich das Pokémon wechseln. King kommt jetzt mal raus. Abra. Auch mit Abra kannst du nämlich viel, mein Freund. Ähm. Ich würde gerne zurück wechseln, aber erstmal heile ich das ganz kurz. Super-Trump. Sollte auch das Verliebte wieder weg sein, genauso wie bei Verwirrung. Teleportstuch fehl. Das ist natürlich sehr geil. Karl ist das Schwester-Mann bei mir im Squad gerade. Und tschüss. Ein bisschen ab. XP noch auf Karl kassierend. Weiter geht's. Du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donner-Orden. Na ja, damit. Donner-Orden hört die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Das ist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Aha. Ich finde es cool, dass man so früh im Spiel die Möglichkeit bekommt, Fliegen einzusetzen. Aber Fliegen an sich es so viel später im Spiel kriegt. Ich meine, theoretisch kriegt man Fliegen in der nächsten Stadt, wo man den nächsten Arena-Orden bekommen kann. Bodyslime, okay. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass man dafür noch extrem viel machen muss. Man muss voll weit laufen und den ganzen Shit noch machen. Durch ganz Lavandier und so durch. Und... So. Ich gehe mal ganz kurz hier was shoppen. Achso, wir haben uns übrigens zwei neue Tokens verdient, ne? Nicht, dass wir es vergessen. Habe ich noch genug von. Habe ich auch noch. Nochmal zwei mit. Dann haben wir wieder unsere typischen drei dabei. Haben wir noch. Können wir einfach mal drei mitnehmen. Dann haben wir auch mal davon drei dabei. Und Schutz eventuell mal... nochmal vier mitnehmen. Theoretisch habe ich nämlich nichts gegen Grinden, aber wenn wir irgendwann später an einer bestimmten Stelle auskommen, wo wir keinen Bock haben, alles niederzumetzeln, was sich nicht lohnt, weil sie zu lau sind, dann kann Schutz nicht schaden. Wobei wir dann bis dann auch bestimmt Top-Schutz oder Super-Schutz gekriegt hätten. Aber naja, was will... Was will ich mal machen? Ich beschwere mich nicht. Oh, es ist nur Biddy-Cats. Wieso bin ich jedes Mal verwirrt? Oder was war das? Ich war nicht verwirrt. Ich hatte einfach nur Dinge gemacht. Zahltag oder sowas? Was ist das? Was ist das? Whatever, whatever, ever. Oh, hier sind wilde Glomanders. What? Wie geil ist das denn? Ich hätte zu gerne einen Glomander gehabt und unser Encounter an dieser scheiß wilde Wanne Abra, was weggeportet ist. Genau so eins. One-hit, bruh. Sehr schön. Noch ein Snowbelly-Cat. Keine AP mehr. Und tschüss. Und wir haben Level 24 erreicht. Langsam geht's vorwärts. Carl und auch Joke macht Fortschritte. Gegen dich kämpfe ich. Doch, gegen dich kämpfe ich. Aber nicht mit dir, sondern mit Joke. Wobei ich hätte auch mit dem anderen Aquak-Narit auch machen können. Ah, ich muss beide trainieren. Ich muss beide ungefähr langsam nach Richtung Level 30 ziehen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen Overkill noch, mit der momentanen Position, in der wir uns befinden. What the fuck? Erst dann wirbelst du mich zu Tode und dann läuft's weg. Oh, wie viel Schaden. Ich meine, wir haben hier ein Stein-Käfer-Pokémon in Carl, ja? Wie viel Schaden Carl bekommt durch jedes Bilde-Pokémon hier ist abnormal. Aber wirklich ekelhaft. Oh, ich wollte mit dir reden. Warte. Ah, okay. Fels-Ton, es ist doch dunkel. Alles klar. Obben ist doch bestimmt irgendein Item, oder? Ein Hidden Item gibt's mir. Oder auch nicht. Schade eigentlich. Wir können mal später lang. Hier drin ist, glaube ich, irgendein NPC, der was tauschen wollte. Jo. Apollo, bitte, ging mir jetzt Nein. Wenn ich es hätte, würde ich es auch nicht tauschen wollen. Apollo ist viel geiler als Nobili Cat. Ach, ups. Ja, möchte ich. Jo. So. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eicher Assistent. Wenn du mindestens zehn verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich hier ein Geschenk für dich vor allem nur fünf. Ja. Fünf verschiedene Pokémon gefangen. Und das wäre Blitz gewesen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nachher durch den Rock-Tunnel durch. Ohne Pokémon gefunden, sehr schön. Ähm, ohne Blitz zu haben. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, so einfach wird, so vielversprechend ist. Das Problem ist, wir haben zwar viele verschiedene Pokémon schon gefangen, aber wir können nur die Pokémon benutzen bis jetzt. Ähm. Oder zwei. Wir können nur die Pokémon bis jetzt nutzen, die, ähm, wie heißt's? Ich hab grad einen totalen Blackout. So, ja, die im normalen Pokédex angezeigt werden. Die aus dem nationalen Pokédex, die werden nicht mitgezählt, deswegen zählen manche unserer Pokémon nicht. Aber wir sind hier in Vertania City und ich würde gerne hier in Vertania City mein Vertania City Encounter holen. Und das kann ich ja jetzt, da ich eine Angel habe. Nicht einmal ein kleines Knabbern. Nicht einmal ein kleines Knabbern. Komisch, ich weiß, dass da wilde Pokémon drin sind. Sehr schön. Uh. Denmar. Komm schon, bleib im Ball. Bleib im Ball. Boah, wackel nicht dreimal, brich aus. Bleib einfach drin. Bleib im Ball. Bleib im Ball. Bleib im Ball jetzt. Los, bleib im Ball. ETF. Ich kann's halt auch nicht schwächen, ne? Ich hab nichts, womit ich das schwächen könnte. Wenn ich Kratzer mache, ist das bestimmt One-Hit. Irgendeine Attacke auf irgendeinem anderen Pokémon, womit ich schwächen könnte. Komm schon. Ich versuch's jetzt einfach mit einer Aqua-Knarre. Das ist nicht Step auf den Pokémon. Und das Pokémon hat wahrscheinlich auch kein... Naja, hat es nicht. Keinen super hohen Special-Attack-Wert. Das war klar, dass es nicht funktioniert. Schade. So viele Poké-Bälle rausgeballert. Aber wir haben ja noch ein bisschen Poké über. Wir gehen jetzt noch ein paar neue Poké-Bälle holen. Ja, müssen wir so machen. Und los geht's. Jetzt haben wir uns noch unseren letzten Encounter, der mir eben eingefallen ist. Eigentlich bin ich nur wie diesem Encounter überhaupt hier lang gelaufen. und zwar den hier. Den Alabastia Encounter. Komm schon. Pokémon am Haken. Sehr schön. Schillok. Level 8. Und statt der Pokémon sind hart zu fangen, möchtest du in meinem Ball bleiben? Komm schon, Schillok. Ich weiß, dass du es möchtest. Du möchtest im Ball bleiben. 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 Möchtest du. Ah, komm schon, Schillok. Mach's auch nicht so schwer. WTF. Ich brauch dich. Du bist ein krasser Encounter. Habe ich denn sonst noch auf meinem Pokémon drauf? Irgendwas, womit ich... ...ein Start, dass er sowas machen könnte? Nein. Komm schon, Schillok. Ah, hier ist mal dieses dritte Wackeln. Wenn ich super Bälle wäre, das ist viel einfacher. Nur noch drei Bälle und stehen noch ein paar Encounter bevor. Benutz jetzt die Aqua-Knabbe. Oh, hätte ich das gewusst. Ich kann es einfach schwächen. Ohne großartig irgendwas zu machen. Ich hätte die ganzen Bälle gerade verschwendet, ey. What the heck? So eine Verschwendung. Das ärgert mich gerade richtig. So. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch mit drei Bällen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch zehn Bälle gehabt hätte, hätte ich sie fangen können. Aber ich habe echt gedacht, es wird gewonnen. Wir haben keine Bälle mehr. Und es stehen jetzt noch ein paar Routen bevor. Und auf diesen Routen sind auch noch Pokémon, die wir fangen können. Oder müssten sogar extra für unseren Encounter. Ja, scheiße gelaufen war. Echt ätzend. So. So. Einmal wieder hier hoch. Dann wieder mit dem Zerschneider durch das Ding durch. Und dann können wir wieder hier durch, durch die Dickdörhöhle zurückgehen. Sehr schön. Das ärgert mich richtig, wenn beide Encounter nicht gekriegt, ne? Das ärgert mich innerlich gerade richtig. Außerdem, wir kommen jetzt auf zwei neue Routen, wo uns sofort neue Encounter zustehen. Und danach sogar noch mehr. Und ich habe keine Bälle mehr. Aber ich brauche jedes Mal einen Supertrank, wenn ich gegen eins so billig halt kämpfe oder was. Dabei macht es die ganze Zeit nur so eine Scheißattacke, die eigentlich gar keinen Schaden macht. Einfach nur, weil wer auch keinen Schaden macht. Oder machen. Das macht fast genauso viel Schaden mit einem Kratzer, der nicht so effektiv ist auf uns, wie Bier mit einem Kratzer auf ist, was normal ist. Okay. Keinen Bock noch. Keinen Bock noch mehr Supertranketzer verbrochen ist gerade. Oh, Arctus. Ich könnte so viel XP geben, aber ich traue mich nicht, mit King reinzusprichten. Nachher hat das Ding irgendwie sowas wie Eisstrahlen bis zum richtigen Arsch. Da spiele ich mich gar nicht mehr mit. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, let's go. Vielen Dank. Wir müssen unser Fahrrad noch abholen, fällt mir gerade ein. Und wir können auch mal ein bisschen Shopping betreiben. Ich glaube, wir haben noch TM's verkaufen können, die wir nicht mehr brauchen. Außerdem sind, glaube ich, auf der Route selber, bevor man durch das Gras gehen muss, auch noch ein paar Trainer, die auch noch ein bisschen Poke geben könnten, dass es uns super, super hilfreich sein könnte. So, dann wollen wir auch erst mal hier shoppen gehen. Verkaufen. Nugget können wir verkaufen. Sehr gut. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir das überhaupt noch haben. Perlur brauche ich nicht. Zugattacken können wir mal aufheben. Umläufer brauche ich noch ein. noch ein Wasserstein. Oh, Ems. Heute ist dann helfe ich noch mal auf. Das kann weg. Das kann weg. So, sehr gut, sehr gut. Kaufen. Pokebälle. 20 Pokebälle. Wir bekommen bestimmt in der nächsten Stadt Superbälle. Dann wird es ein bisschen leichter, damit Sachen zu fangen. Und noch mal ein paar. Hiervon und für außerhalb dem Kampf nur ein bisschen KP zu heilen, nehme ich noch mal ein Vierverbund. Sehr gut. So, jetzt holen wir doch unser Fahrrad ab. Yes. Dankeschön. So, einmal hier durch. Einmal hier lang. Und zerschneiden. Und das ist jetzt auch die neue Route, auf der wir den neuen Encounter bekommen können. Und hier sind auch noch einige Trainer. Aber wir sind schon wieder so viel in der Episode drinnen an Zeit, dass ich sage, hier ist ein guter Spot, hier können wir die Episode beenden. Speichern unser Spiel, damit wir keine Daten verlieren, wie immer. Und, ja Leute, wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Like da, das hilft mir eine Menge. Und ein Kommentar. Oder Kritik und Feedback in die Comments nach unten auch. Immer gerne gesehen, wisst ihr ja. ansonsten, es ist mega warm draußen, habt einen tollen Tag, genießt die schöne Zeit noch, soll nächste Woche wieder kühler werden. Und, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.